Willkommen zurück zu Universe at War. Während Orlok den Umsturz von Karmarex plant, wird der Säuberer angegriffen. Der Säuberer, eine äußerst leistungsfähige Waffe des jüngsten Tags, feuert riesige Raketen ab, die Materie in Energie umwandeln. Ganze Gebiete können durch einen einzigen Schuss aus dieser gewaltigen Waffe verwüstet werden. Daher ist es nicht verwunderlich, dass Orlok sie um jeden Preis behalten will. Boah. Schauen wir mal, was wir bekommen, ne? Wird schon. Miese Mäuterer, ne? Naja, egal. Die Hierarchie selber ist ja auch scheiße. Von daher war es so jetzt, ne? Okay, was haben wir? Hier suche ich ja. Ah, hier sind Pumpen, die kann man einnehmen, das ist gut. Mhm, da sind Novus. Ah, er macht das schon, ne? Zack. 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 Ah, diese Tiere. Hier sind Tiere, das ist gut. Dann marschieren wir doch mal dahin, da sind noch mehr Novus. Ah, er sammelt die Leichen auch, das ist super. Ah, das ist dein Hexler, wie das Ding heißt, ne? Was hast du für einen Arm? Weiß man nicht. Egal. Hier kannst du schon durchfassieren. Okay, auf dem müssen wir aufpassen. Hm. Ja, hier, blablabla, ja, blablabla. Hm, kann nicht als Kommandosenthal benutzt werden. Ja, ist okay. Ich habe die Befürchtung, dass der auch nicht dafür aushält. Ah, jetzt sind noch mehr Tiere, okay. Das war geil, Novus. Gut, dann kannst du ja schon mal, ach komm, du gehst mal hier hin. Ah, da kann sie über den Hoffnung rennen. Ah, das ist schön. Ja, er macht das schon. Da sind noch mehr. Komm, ich lasse mal erst mal. Da ist ein Geschützturm, da auch, okay. Oh, da ist ein Panzer. Machen wir den hier. Novos appears to be guarding those crates for some reason. They could be for weapons storage. We'll deploy a lost one to infiltrate the base with its face ability. It could use plasma bombs to destroy those crates. Aha. Die Verlorenen können sich tarnen. Ich habe hier aber kein... Ne, habe ich nicht. Ich muss jetzt forschen. Ähm, ähm, ähm. Oh, wo wäre er hin? Das ist meine Oma. Oh, hier ist die... Oh mein Gott. Ja, das ist ein Problem. Dann stelle ich mir da hin. Muss ich das erst erforschen? Phantommodule. Rüstet verloren. Quanten... Oh, da kann... ...biste Oberfläche durchqueren. Nicht aber die Umgebung beeinflussen. Ja... Molekularrüstung. Aha. Das hier Explosionsreaktor. Verstrahlungsschüsse. Kammerstrahlung. Hm. Autorisiert den Einsatz von Plasmabomben durch Verlorene, sowie Anti-Fahrzeug-Plasma-Granaten. Okay. Tod von oben. Was das werden wir brauchen? Ich bin derjenige mit dem Gott. Ach hier, Sammler, wo bist du? Da sind nur ein paar Viecher. Und wann habt ihr den hier endlich? Danke. Ich schätze mal, hier durch die Türme werden wir nicht durchkommen, oder? Das ist gut. Ah, jetzt habt ihr die Plasmabomben. Okay. Wie können wir euch tarnen? Das wird das hier, oder? Phantommodule. Ich glaube mal, dass das das ist. Ich mach's einfach. So, die Viecher habt ihr, sehr gut. Bei einem verstrahlten Plasmabomben habt ihr ihre Ziele verstrahlen. Mhm. Projekt complete. New tech available. Ja, machen wir gleich. Ein Turm, Panzermodule, Teleportationsmasten brauche ich nicht. Netten, spähere Unmenschen haben wir auch nicht. Okay. Jetzt bist du unsichtbar? Bist du nur für die Zeit hier unsichtbar? Ja, wir prüben erstmal alles aus. Denk mal schon, ne? Okay. Gut, gut. Das heißt, wir müssen unsichtbar machen. Schnell durchschleusen, Bombe legen. Fertig. Und jetzt kurz warten, ansonsten... So, jetzt. Hier volldampf durch. Und hier ist irgendwo eine Bombe? Da. Ach, und dann stirbt er natürlich. Okay. Ah, was soll's, ne? Hey. Das gefällt mir. Da sind noch mehr Bomben. Also stellt ihr euch mal dort hin. Ich weiß nicht, ob er hier oben durchkommt. Wir machen erstmal hier unten weiter. Hier wird eine Kiste sein. Und hier dann auch. Oh, komm. Ihn schicken wir auch von unten durch. Kann schon mal hier hinlaufen. Ach, die klingen doch putzig, oder? Ja. Tü-tü-tü. Objektiv haben wir geklärt. Boah! Mach dich doch unsichtbar. Und wer schafft es noch zu entkommen? und so die kollege ist im prinzip auch schon gleich dann können wir ihnen schon vor schicken und damit ist sie bald weg so jetzt sollen wir nach der oben nehmen hier sind wir team 1 sie marschiert einfach mal direkt da rein oh nein kommt ihnen her die hat echt nicht viel aus wo es wird noch kein ufos bis jetzt wird mehr aufnehmen ich bin ja die vierte reparieren das ist ganz praktisch also kommen ufos hier reparatur modus schön zwar gefällt mir das hier sind noch ressourcen das kannst du hier kurz einsammeln wir können schon mal vormarschieren und du marschierst auch mal rein folgen die denen jetzt automatisch da sind kaputte brücke ich schätze wir müssen hier unten lang da sind noch mehr gebäude zum einnehmen das ist schön die ufos kommen nicht mit ok kommen dass die kiste dann ruhe und räumt mich lieber auf und das ist nur noch mehr die 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 Ja, das kenne ich ja schnell. Aha. Warte mal, laufe ich euch auch mal durch. Tja, haben sie gedacht, haben sie gedacht. So ja nicht mit mir, ne? Hier kommt mal her. Stimmt, es wurde mir auch gar nicht als Kuh angezeigt. Ich serve die Hierarchie. Ich werde die Hierarchie verletzen. Geh mir weg. Hier kommt Trouble. Mit Honour. Wir sammeln die Pumpen ein. Zack, zack und zack. Wir sammeln die Tiere ein. Und ihr kommt mal schon mal hier hin. Ich bin der Eternel. Geh bereit, um zu kämpfen. Sehr gut. Hallo, kommst du mit? Du bist der Einer, der über die Panzer marschiert. Das bist du nicht. Hier sind noch mehr Kühe. Die Ressourcen mangelt es uns hier heute mal nicht. Das ist doch mal... ...ne gute Nachricht. Hast du alle? Ja, darauf, da den Scheiß zu sammeln, das brauchst du nicht. So, der hier kann auch schon mal vormarschieren. Ich bin der Eternel. Hier kommt Trouble. Mit Honour. Dann hau ich ihr Sicherheit nach links ab. Du machst jetzt weiter. Dann sind wir schon fast da. Ist doch super. Dann können wir ihn auch einfach hier schon durchschicken. Dann kommen wir dort hin. Da dürfte nicht mehr so viel passieren. Hier, das müssen wir mal gucken. Da war ich noch nicht. Aber ansonsten, was ist das hier? Ein Auto. Ja, hier. Der Drops ist gelutscht. Hier kommt kein Gegner mehr. Genau. Hier sammeln wir noch die Kühe ein. Das ist ganz schön getarnt hier, die Kühe, ne? Das ist echt schwer zu erkennen. Die willst du nicht? Neufi, ist die Uplink bereit? Dann müssen wir auf die Offensive gehen, Neufi. Wir werden eine Anstattung für uns und halten wir noch lange, wie wir können. Erinnere mich, Commander. Unsere Anstattungen können Verbraucher geben. ja so gesagt dass ich hab gar nicht zugehört weil hier gerade beschäftigt mit den neuen hier ein klasmator bitte ja hier macht das schon nehmen so ist die dingsbums hier ist eine aufgehungsdrohne fertigungsläufer du bist ein habitabler so jetzt ist er hier okay fertigungsläufer ach der kann die rundflugserie bauen das ist ja cool wir haben den nobis-lieutenant genannt Mirabelle oh Mirabelle noch Einheiten das hilft nichts und hier wir brauchen euch und du brauchst einen plasmator na wo ist Mirabelle hat sich verzogen gut was ich aber immer noch brauche ist so ein Dingsbums wie heißen sie so ein Glyphentypi ihn her ob ich noch einen dritten Läufer bauen kann wo rennst du denn hin du sollst ja da okay oh mein gott das haben wir hier alles was bist du wissenschaftsläufer oh wir brauchen euch mal angucken was ist das hier materialnest stand da gerade kurz komm achso es ist ah das ist das ganz nervige Viech okay verstehen da die letzte novus-mission da hatten wir ja den kollegen dabei das war gar nicht ohne den baue ich noch mal schnell und dann können wir mal gucken und wo ist unsere Sammeldrohne hier die steht hier rum okay los automatisch sammeln viel spaß Mähdrohne Entschuldigung macht euch bereit für ein wissenschaftsläufer ich sag's nur der wird euch fertig machen da bist du schon okay sehr gut sehr sehr gut was kannst du noch bauen ach die Phantompanzer okay muss wahrscheinlich auch wieder modul ne ja wo rennst du denn schon wieder hin kannst du hier einfach mal hier stehen bleiben oh da ist er dann zeich mal her reichweitenvergrößerung du kannst ja hauptsächlich nur Flugabwehr ne oh du lust dich eigentlich gar nicht weil du hast eigentlich nix ja Glückwunsch ja dann hier mach Flugabwehr so viel kannst ja Waschung haben wir auch nicht mehr ne doch eine haben wir noch ähm Atompanzermotor ja bringt mir nix und von oben äh Unmenschen bla bla blablabla blablabla na dann kommst du halt einfach als Flugabwehr mit Kann ich die hier austauschen? ah kann man cool okay du und du ich muss euch alle einzeln schicken ich bin ein du die zwei du die zwei warte du die du die eins du die zwei du nix nutzt die drei und ich glaube eine Luftabwehr reicht bei ihm hier aber da Das geht jetzt nicht. Na, wo war der hin? Ah, sie hat das Bein kaputt gemacht. Schweine. Lauf drüber. Lauf drüber. Ah, da ist... Soll ich nicht mehr das Kält rauskommen? Nee, ich hab das noch dran geblieben. Oh, das kann man aber nicht mehr reparieren, ne? Nee, was kaputt ist, ist kaputt. Okay, verstehe. Kannst du aber gut durchmarschieren? Kannst du wohl laufen, ne? Okay, na? Ist auch ein Bein verloren. Okay. Ich habe einen Angus-Modus und der Tag erhielt, auch. Ich habe einen Angus-Modus und der Tag erhielt, auch. Ich habe einen Tieren, der ihn aufhört. Zack. Oh, ich habe einen Tieren, der da. wenn ich so nachgeschossen habe ich habe eigentlich erwischt heute wird bekommen aber scheinbar er braucht sie schon ah ne da ist er noch ok haben sich jetzt selbst geopfert also die basis in die luft gejagt we no longer need that for once a job well done commander now then the massari have come to life they have begun engaging novus units across this region even as they fight our own we have awakened an angry giant not if we cut off its head i've given your plan more thought according to myth a massari queen is said to rule over their race i can think of no greater prize to deliver to the overseers they will beg me to be their lord if we can find her sir we've detected increased massari communications here in this region where a large number of massari ships were flying escort for someone it could be a leader i've already sent defilers down to soften up the resistance when they're finished bring me back the head of a queen